Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Streitender Diamant. Wir sind mal wieder in den unteren Höhen und suchen so eine steinende Säule. Schluber. Oh, warte mal, das können wir uns auch noch fangen. Das haben wir auch noch nicht. Äh, Haspio, warte, du brauchst dringend mal Heil-Items. Ähm. Aufwecker, Paraheiler. So. Und ein paar Tränke. So, das reicht. So, Schlup. Ja, komm, passt schon. Haspio macht das. Hoffentlich. Ein Schlup erscheint. Ähm, was ist das? Oh, Scham. So, haben wir von Schlup. Sink stark. Sink stark. Sink stark. Toll. Ähm. Klapp's. Wir wissen, wie viel Schaden das macht. Nichts soll man noch spielen, okay? Ein. Ich weiß nicht, wie ich jetzt Bubble Kick macht. Stirbt der? Boah. Das wird mir eigentlich schon zu viel Schaden geben. Ich probier's. Ich hoffe, dass es nicht direkt stirbt. Ne, passt. Ja. Das war schon mal ein besserer Schaden. Ne, mein 3kp. Superschall. Ja. Och Mann. Wie lange wickelt das Ding denn? Warum macht das dabei so viel Schaden? So, das kann ich noch einmal machen und dann müsste er so halt sein. Ja. Nochmal. Ist ja übel hier. Ich weiß nicht, dass es ein bisschen länger dauern kann. Gerade wegen der Kämpfer ein bisschen länger dauern. Guys, bitte keinen Griff. Ah, danke. So. Superschall. Verfehlt. Oblicke befreit. Sehr schön. So, super. Oh nein. Das ist egal. Das ist vollkommen egal jetzt. So, probal. Bleib einfach bei uns. Wie wär's. Nein? Nein, nein. Nicht angreifen. Wo ist es nicht? Ah, er ist schon im roten Bereich. Ich kann ihn noch weiter schwächen. Dann stirbt er einfach mal. Aber die ganze Mühe umsonst. Aus der Zeit. Alles okay. Was für eine Umweltverschmutzung das sein wird. Wenn wir die ganzen Pokéballe da mal hinwerfen und liegen lassen. Ah, nicht geklappt. Egal. Einwegspielzeug. Einfach irgendwo noch hin. Gammeln. Oder irgendwelchen Gräsern und so. Sieht dann keiner mehr. Oh nein. Ich wieder geht. Ich werde tauschen. Ich brauche mir zu viel Schaden. Ähm. Ähm. Einwechseln, ja. Kann ich ausgetausch werden? Warum? Fluffe in Pokémon gelingt immer. Das ist ja dumm. Ich merke schon, so hast du aber jetzt sterben. Wenn es weiter so geht. Ach, Mann. Oh. Das wird einfach nichts. Ach, Mann. Die wollen doch, dass es stirbt. Der Wickel trifft gefühlt auch die ganze Zeit. Fünfmal, oder? Sollte ein Item nehmen. Super tragen. Äh, 60 KP. Wäre es zwar ein bisschen Verschwendung, aber vorstürft. Acht, schau. Ich meine, hier unten sind ja relativ viele Pokémon, ne? Aber... Das ist so beschissen Fangen, ja, ne? Einschrauben. Das wird nix. Mann, warum ist das so? Kann doch nicht sein. Das wird nix. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Wieder nicht. So knapp. Das wird der Wickel wieder. Ist okay. Ach, Charme, ey. Was fehlt? Keine Chance. Wenn der Wickel nicht hätte, ne? Dann wäre das so viel einfacher. Könnte uns einfach gar nichts. Das ist eigentlich nur gut, falls der Wickel die ganze Zeit trifft. Das könnte das Ding eigentlich nichts. Das bleibt mir einfach in einem blöden Ball. Also wieder viel länger dauert, als es eigentlich sollte. Ich weiß nicht. Nee. Nee, nee. Schein Vault-Ton auch. Ich höre mal drauf. Was ist denn diese blöde Säule? Da oben waren wir wieder schonmal. Okay, rein Wasser. Na gut. Was haben wir hier? Wir haben noch was Tolles fangen. Oh! Papi oder so, ne? Ja, Papi. Oh, ich wollte eigentlich noch heilen. Oh, das war Scham. Bodyguard. Okay. Hält das jetzt auch Scham ab? Nein. Schau mal nicht. So. Wow. Okay. Das oder nur das wieder. Meine Güte. Gut, jetzt haben wir sein Angriff geschwächt. Das ist scheinbar aber speziell. Deswegen haben wir es wahrscheinlich nicht mehr Damage geöffnet. So. Das heißt, du wirst jetzt Horta benutzen? Warte, was ist das denn jetzt? Tauscht Veränderungen an Angriff und speziell. Was? Da sollte ich nicht ein Horta benutzen? Ach, nö. Okay. Ich kann. Das ist okay, Herr Schaden, höchste Steirschütze, oh, jetzt gehen wir bitte nicht raus. Ich habe nicht mehr viel, was drauf machen kann. Natürlich blöd, dass es jetzt im orangenen Bereich noch ist. Nice, der bleibt wenigstens bei uns. Ich glaube, er hat auch schon echt zu viel Zeit gefressen. Warum flog es gerade so schief? Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Hier ist keine Säule. Wir sollen doch so eine komische Säule suchen, oder nicht? Das ist nicht das, was ich mir hätte. Ich kann aber noch kurz Haltungs benutzen. So, Schütze, Fruchtzahl, Bären, alle, Trank. Oh, das reicht eigentlich. Jetzt soll unten auch Regeneration. Ah, warte mal. Jetzt komme ich noch in den alten Gebiet wieder rein. Ich kann nach oben gehen. Was haben wir denn oben? So, kommen wir hier an uns rum. Anton. Dann ja. Schloch. Dann. Das haben wir auch. Oh, wer hat sich das denn ausgedacht? Ich bin zu eng. Sein Ernst. Wir springen uns nochmal an. Du kommst nicht zu uns ins Team. Wir haben bereits einen Langer. Da. Angst haben, wenn das Büro bleibt. Bam. Hast du jetzt davon. So. Hm. Nee. Das ist nichts. Warte mal. Ich kann ja links raus. So. Gucken wir mal in meinem anderen Raum nach. Warte mal. Ah. Die Kirsche schon? Ich glaube ja. Warum lagst du denn nicht unter der der Bäume? Ich habe ihn noch nicht. Na. Komm her. Patribi. 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 So, erstmal Angriff sinken. Und nochmal sinken. So, das wird stark. Starke ist natürlich mega gut. Locked. So, dann Kampf. Und wie viel Schaden wir machen? Ja, gerne. Lass den Held und das passt eigentlich schon. Geht was? Ganz schön viel Schaden, weißt du das? Zeige es uns gut. So. Geht von Jason. Geht mal Trutze stärker als Geht von Jason. Okay. Ah, ich dachte es kommt gleich beim ersten Ball. Das wäre super. Leider nicht. So, dann. Weiteren Ball werfen. Warum nicht alle so? Zwei Bälle direkt drin. Adribi. So. Okay. Das besteht aus drei einzelnen Pokémon und bringt fleißig Blütennektar zum Handweisel. Aha. Aber wenn das drei einzelne sind. Das heißt, einer hat einen Flügel und eine Antenne und einer hat gar nichts und der andere hat das Gegenstück. Okay. Komisches Ding. Oh, der hat ein Item. Was ist denn so? Muss ich mir gar nicht richtig durchgelesen. Okay. Kommen wir das auch schon mal. Gehen wir weiter nach oben. So. Wir können noch drei Räume da oben erkunden. Ich weiß gar nicht, was der Main sammelt, aber es ist okay. Also, wir kriegen den Ball. Haben wir... Haben wir glaube ich auch. Nehmen wir noch. Ich auch. Nein! Kling fest. Komm mal. Okay. Wir müssen uns wirklich angucken, bevor wir auf uns losgehen. Haben das kleine Viecher schon? Ich glaube nicht, ne? Dann holen wir uns dich nochmal. Ich glaube, dich haben wir da nicht. Quickel. Okay. Wenn man Quickel ein bisschen modifiziert, könnte es so süß... ...ding aus. Die Prinzessin Mononoke sein ganz am Anfang. Man müsste es zwar ein bisschen stark modifizieren, aber... ...zum groben? So, äh... ...klappt's. Oh. Okay. Wir haben Energie. Vielleicht nicht ganz so gefund. Wir gehen nochmal mit Scham drauf. Wie heißt da? Fehlgeschlagen schon. Oh, weiß nicht. Okay. Ich bin mitgegräbt, dass er jetzt weiß nicht benutzt hat. Egal. Hau mal drauf. So, einmal können wir noch. Dann liegt das an den roten... ...or angestanden Bereich. Wo? Huch... So. Ist das jetzt schlecht? Quickel steigt. Verteidigung steigt. Hm. Gleiches geht da. Und auch. So, ich komme nochmal drauf. So, das passt, das ist nicht so viel, bleiben wir bei uns, wir sind nicht entwickelt, dann soll es einfacher zu fangen sein. Oh, hab ich gehofft. Nein, wir tauschen, Gastrodon, Eis ist schlecht für uns, da ist schlecht, in einem Luxier. So muss ich eigentlich nur durchhalten. Oh, das ist mal ein Tor, das ist schon mal gut. Ich kenne das gerne nochmal wieder. Ah, jetzt aber auch. Wow. Das befreit sich einfach genauso ätzend, wie das Stirb jetzt, oder was? Nur, dass der hier Schaden macht. Nein, nein, nein. Wo ist denn hier? Boah. Gucken wir an die Eichplitter ausgehen. Ist ein bisschen schläfrig, was? Eichplitter machen schläfrig? Widerschlaf, oder was? Oh, Mann. Das kann er ruhig machen. So, bleib einfach mal bei uns, wie wär's. Kein Bock. Ach, was ist mit ihm? Ich hab ihn schon im roten Bereich. Ich weiß nicht, was ich da noch zu Trost machen soll. Ich kann ihn paralysieren und sowas, aber ich hab nichts dafür. Ich hab nichts, was paralysieren oder irgendwas anderes machen kann. Schade eigentlich. Oxio, nochmal wirst du sowas lernen. Wie wär's. Ich wusste das ja auch noch. Angriff vom Eterium. Wir wissen's. So, jetzt aber. 3, 2, und... Danke. Ah, schön. Haben wir das kleine Krieg ja auch nochmal gekriegt. Schützler? Nein. Sehr schön. So, kann es bleiben. So, jetzt müssen wir mal stehen bleiben. Meine Pokémon nochmal heilen. Ähm. Tränkel. Das ist echt nicht viel, ne? So. Gut. Dann wenden wir erstmal hier den Part. Gucken mal noch den anderen Raum an. Ansonsten gehen wir beim nächsten Mal vielleicht wieder hoch. Ah, warte. Ne, wir haben da rechts... Ah, das ist ja so schlecht. Wir haben da rechts noch einen Punkt. Ansonsten gehen wir zurück und gehen mal nach ganz rechts. Weil da noch das große Fragezeichen ist. Hm. Das sind noch ein paar Sachen, die wir hier forschen können. Würde ich aber gerne machen. So. Wir werden aber erstmal hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.